Willkommen zurück. Wir spielen jetzt den zweiten Teil von der Story Quest Sino Part 2. Unten ist der erste Teil verlinkt und wir begeben uns jetzt in die Wüste, um den ehemaligen Professor von Sino zu suchen, der sich irgendwie mit irgendwelchen Leuten aus der Wüste eingelassen hat, von denen wir noch nicht so viel wissen. Aber genau, wir wissen nur, dass es sich um eine Organisation handelt, die sich vor 400 Jahren von der Akademie verabschiedet hat, da sie der nicht vertraut haben. Und wir schauen mal, was so dahinter steckt. Und wir mit Tainari im Schlepptau. Bin sehr happy. Sagt er. Hmm. Clearly, we've only scratched the surface of the Temple of Silence question. It doesn't surprise me at all that the one in the Academia is a fake. Do you have any connection with the Temple of Silence? I do. I trust you're all aware of the spirit that gives me my power. Hermannubis, the original founder of the Temple of Silence. Due to my unique constitution, I was put through a number of trials in the desert when I was younger. Later, I met the professor. And he brought me to Sumeru City. Das wusste ich jetzt nicht, weil ich hab's zwei noch nicht. But my memory of that time is hazy. I can't recall much. It's a good thing that Kave noticed the emblem on the letter. Without that, I don't know if we would have connected the dots and realized there was more to this case than mere extortion. I did not recognize that symbol at all. Whether that's because I've never seen it or because my memory fails me. It's hard to say. Spricht so gut. You're right. Thank goodness for Kaveh and for all Haythams diligence during his time as acting Grand Sage. But Cyrus must have recognized it right away, right? Otherwise he wouldn't have had any problems about you recording it. Oh, maybe his connection to the Temple of Silence goes even deeper than yours. I suspect so too. Professor has never once mentioned the Temple of Silence in conversation. And whenever the conversation turns to Hermannubis and the concept of spirit in dwelling, he avoids going into any depth. Also weiß er mehr und hat Seino bewusst mitgenommen. Well, speaking of avoiding things, you do realize, don't you, now that we've caught up with you, you're stuck with us for the rest of the way. There must be something else given for me. A man matching that description passed by Aru Village not too long ago. He stopped by to load up on food and water and feed his sumpter beast. Then he was on his way. Where was he going? Let me think. He took a seat by the entrance of the village for a while and had a brief chat with the person who came to deliver the water. He said he was headed somewhere near an oasis. But he didn't mention which one. Do you have a map? I can mark out the direction he was heading in the best routes to any nearby oasis. I have one. Mark away. Great. Thank you so much. You were a great help. You've got a really good memory. Ah, you're quite welcome. Just doing my job. Best of luck. I hope you find him soon. Schön, wenn sich ein bisschen die Umgebung Mut einfangen. Es ist einfach schön, wieder mal hier eine Quest zu spielen. Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Gefällt mir bis jetzt ganz gut. Guten Tag, Oasenleute. Abenteuer mit Freunden. Oh, da ist er ja schon, ja. Oh, Tainari. Oh, oh. Was ist das? Weil Taino, der Mama ist. Ich könnte nicht sein, dass ich hierher willkommen bin. Nur in der Fall. Es ist wahrscheinlich besser, dass ein mehr neutraler Partei das tun. Oh, das ist ja schon. Ah, hallo da. Ich hoffe, dass ich nicht interrumpfiere. Meine Freundin und ich sind für einen älteren Mann, der hat sich verletzt in diesen Teilen. Gibt es eine Chance, dass ich dich ein paar Fragen stellen kann? Oh, eine Person zu verabschieden, hm? Klar, klar, klar. Was willst du wissen? Ich bin nur gefragt, ob du ihn gesehen hast. Ich gebe dir die Details. So, ein silver-haired guy in einem langen Ruhm, cultured-type, mit thoughtful eyes, und er läuft alleine. Was für seltsame Augen. Ob so viel Hydro-Power? Naja, okay, das war's wohl. Der ist mit Suspekt. Ich habe ein schlechtes Gefühl über diesen Mann. Hmm. Hmm, jemand ist auf dem Weg. Du glaubst mir nicht viel, hast du? Kein Grund, es zu schützen. Ich verstehe warum du uns bist. Aber nochmals, du kamst zu uns für Hilfe. Du willst es oder nicht? Ich dachte, du bist ein Grupp von Merchants. Es scheint, dass ich falsch bin. Hm. Deine Henchmen sehen nicht so viel. Aber etwas sagt mir, dass sie einen besseren Kampf als die meisten Merchants. Hey! Hörst du das, Leute? Du bist jetzt mein Henchman. Es ist mir. Es ist mir. So lange, als ich es bezahlt werde. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Der ist ein bisschen sly. Das ist anders, als ich erwartet habe. Was ist das? Das ist die ganze Begriffe? Was ist das? Und was ist das so gut für den Keinen? Was ist das? Der Herr Deshert? O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O? W-E-E-T. Holt an. Wie sind Sie eigentlich? Ist das... ...the Temple of Silence? So you'll remember? All good questions. There will be plenty of time to address them later. Ich bin wahrscheinlich nicht. Oh wow, das ist riesig. Keine Sorge, Paimon. Was ist falsch? Thinking about your professor? I just hope for your sake you haven't done anything you might regret. Me too. I hope I haven't done anything to incur your wrath. Hmm. Vielleicht hat der Professor Sino benutzt, um die Kraft zu stehlen und die wollen sie zurück haben. Das ist eine riesen Bibliothek. Okay, okay. Alright. Du kannst hier für heute warten. Ich informe unseren Liedern, dass du auf dem Tempel des Silenz gekommen bist. Sit fest, bis er dich kommt, um dich zu treffen. Oh. Hmm. Sie sind hier? Oh, wir schauen jetzt. Hey, schau! Der Arzt ist zurück. Nehmt dich. Niemand wird kommen und kreier für dich bald. Was ist dein Name? Ah, sorry. Ich glaube, ich bin so glücklich zu sehen, dass ich mich nicht erwähnt habe. Mein Name ist Sethos. Ich werde hier, wenn du mich brauchst, aber ich habe keine Gedanken auf alle deine Fragen. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Du kannst dich selbst unterhalten, wie du siehst. Also, wir sind frei für uns selbst. Ja. Ich meine, ich bin nicht überraschend von dir zu gehen. Cyrus ist hier. Und wenn ich mich nicht verstanden habe, du bist ziemlich Angst, um ihn wieder zu sehen. Er ist richtig. Na, wenn wir ein paar Zeit haben, wir können auch mal schauen. Hey, Sethos! Hast du Zeit für ein paar Zeit? Natürlich. Obwohl, ich denke, bei Chat, du meinst, du hast Fragen für mich? Haha. Ich habe dich nicht verraten. Niemand würde. Nicht oft. Der Tempel der Silenz ist ein Ort, und solange. Wir haben nicht zu viele Besucher. Ja. Das war ich. Obwohl, Tricked ist eine Strecke. Er fragte, alle in der Taverne, wie man einfach Geld machen kann. Er sagte, dass nichts auf der Tafel war. Auch wenn es das Gesetz verletzt hat. Also, ich sagte ihm, dass Cyrus eine große Summe von Mora aus dem Dessert hat. Also, du hast Cyrus für ein Krieg, das er nicht gemacht hat? Vielleicht hat er es ja getan. Nein, nein, nein. Das ist nicht komplett wahr. Lass mich deine Erinnerung anbauen. Die Lettere hat gerade gesagt, dass er Cyrus' Geheimnis hat. Hast du ihm den Faden erst zu formulieren? Natürlich. Das ist nicht verrückt, dass er akademisch ist. Warum hat Cyrus verlassen für den Dessert als er die Lettere hat? Du musst ihn ihn selbst fragen. Certains Dinge, ich kann ihn nicht antworten. Ich kann ihn nicht beantworten. Ich kann ihn nicht beantworten. All du musst wissen, ist, dass er unsere Emblem hat. Und es war seine eigene Wahl um den Faden zu nehmen. Kennst du Sinos? welche Frage ist das? Er ist der General Mahamatra. Jeder in Sumeru weiß, wer er ist. Er hat ein interessantes Gesicht. Nein. Er hat ein interessantes Gesicht. Ich freue mich nicht. Nein, nicht einmal. Wirklich? Ich habe keine Möglichkeit, da zu gehen. Nicht, wenn die Tavernien voll von den Urakas dieser Welt sind. Außerdem, wir sind gut bewusst, was passiert in diesem Ort. Spiegel? Es ist nicht so klandestin als das. Die Städte sind öffnet. Jeder ist frei, zu gehen. Du kannst alles wissen, was du musst. Wirklich. 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 Hier ist er. Noch ein NPC? Sieht aus wie die Tochter von dem Meister von Tainari. Die Haare sind genau gleich. Komisch, dass Tainari in dieser Quest ist. Ich frag mich, was seine Rolle ist. Viele Bücher. Wirklich. 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 Ich bin Ba Moon. Der heutige Leiter des Tempel des Silence. Ich weiß, warum du hier bist. Und ich danke dir für deine Patience. Bring ihn raus. Sieht aus. 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 Bord. Sieht aus. Das allein bringe die anderen. Sino hat uns nicht gemacht. Wir kamen hier für die gleiche Grund, wie er hat. Für dich zu retten. Dein Selbstverrug hat dich verabschiedet. Denn du, Cyrus, bist ein Traitor. Du hast uns einmal mit uns verabschiedet, und uns in unsere Mission zu retten, um die Macht von Hermannubus zu retten, um neue Hoffnung zu bringen. Aber dann hast du uns verabschiedet. Du hast uns verabschiedet, um deine Verabschiedung zu verabschieden. Und dann hast du, mit dir die Macht von Hermannubus und den Wieler seiner Macht. Wir beide wissen, was ich zu dir gesagt habe. Dass, als Liedler, ich dir die Möglichkeit zu gehen. Aber dass, ein Tag, die Sands der Zeit mit dir verabschieden wird. Und wenn das Tag kommt, du musst du den Preis verabschieden. Du weißt, was du weißt? Du wirst wirklich wissen, wie ein Verabschied. Hermannubus' Macht? Er bedeutet, du? Professor, irgendwas zu sagen? Ramona ist richtig. Ich kam hier einmal vorhin. Sie rescued mich, aus der Brink des Todes. Many Jahre vorhin, in der Dessert. Als er gelernt hat, dass ich ein Wissenschaftler war, er hat mich zu kommen, und die Macht von Hermannubus zusammengekommen. Barmuhn proponiert, dass wir die Bar-Fragmenten, die Schäden von Hermannubus, in den Körpern von in der Dessert. Wenn der Dessert war, dann würde der Dessert. Der Dessert von Hermannubus in der Dessert. Viele Glauben haben sich für den Dessert. in der Dessert. Aber wir haben bald herausgefunden, dass die Böden von Grown-Adulten in der Dessert nicht behalten Hermannubus' Macht. In der Ende, Barmuhn hat seine eigenen Adoptive-grandson. Adoptiert. Eine andere Kindheit wurde als ein Vessel. Und seine Eltern hat ihn in unsere Gäste. Wow. Wierd. 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 Sie wollen aber nur, wie Kraft erhalten? Es ist Dann missfällt das die, die nicht überfragen die Kinder, was die davon halten. Die sind ja auch Menschen, ne? Aber gut. Der Gelehrte ist da. 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 Wir haben eine Valuca Shuna in uns. Super! Der Gelehrte ist da. 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 Ich frage mich echt, warum die sich noch mit so was identifizieren. Mit den sieben Säulen da von König der Schritt, der eigentlich schon längst kaputt ist. Der Gelehrte ist da. Wir kommen zu dem. Aber erstens. Ich habe eine Art der Medikation. Also, ich habe mich gefragt, ob Sie mir mal schauen. Ich habe keine Objekte. Doch wir haben unsere eigenen Doktor hier. Ich muss Ihnen sagen, dass... Based auf das, was ich gesehen habe mit Patienten in einer ähnlichen Konditionen... Er hat nicht lange lange. Ein paar Tage, zumindest. Ja. Ich habe es schon lange kennengelernt. Du bist seine Ehre, nicht wahr? Du hast sicherlich viel Respekt für den Mann. Aber du auch sieht Dinge anders. Du hast eine größere Worte und eine pragmatische Beziehung. Also, erzähl mir, wie wir das können auf deine Beziehung enden. Wir finden, ein Weg zu bringen, um alles zu einer Resolution, während Ba-Moon ist still alive, um es zu sehen. Wir beide sehen uns dieses Problem sehr anders aus, als die Leute, die wir von uns erinnern haben. Ich accepte... Sino. Das all begann wegen Hermannubus. So, wir enden mit dem Rite, das er selbst selbst hat. Legend hat es, dass, wenn Hermannubus first arrived in Tuletula, er sparrt mit der Stadt. Er und seine zwei Kompanionen provee ihre Medle, durch die Beziehung über wenige Tage, gewinnen die Unterstützung von vielen fine Leuten. Das Gruppe der Unterstützer waren einige der ersten Mitglieder des Tempel des Silens. Und die Sparring-Matches wurden entschrined, als eine unserer founding Rite. Die Rite der Duels. Das klingt sehr gut. Ich bin in. Wenn ich gewinne, das Tempel des Silens muss Cyrus verlassen. Und das letzte Dispute ist geschlossen. Wenn du gewinnst, werde ich dir meine Macht zurückgegeben. Das ist ein Problem. Dann haben wir uns in der Ceremonial Hall morgen Abend. Also einmal prügeln, dann klären wir alles. Für mich selbst. Nicht jeder hätte das getan. Genau. Konzentrieren wir uns. Wow, Konfidence. Ich glaube auch, dass Bamun sich eigentlich wieder mit dem Akademie vertragen wird. Grandfather, du bist hier. Ein Recht von Duellen, nach all diesen Jahren. Ich bin überrascht bei deinen Entscheidungen, Sethos. Ich weiß, was ich mache, Grandfather. Ich sage es zu mir. Es ist kass, die Academie, die Challenges. Ich habe auch die Chance. Wir werden uns kämpfen, um unsere Vierge zu hören. Wachstum, um deine Positionen zu entscheiden, und entscheid auf die Ordnung der Kriegung. Wir kommen nicht zu diskutieren, was wir hier bringen, Ich bin sicher. Das muss spartig sein. Das ist total lustig irgendwie. Ich find's witzig, dass ich da kämpfen muss und ich glaub der Traveller ist einfach zu overpowered. Eins gegen eins, oder? Das ist total lustig. Das ist total lustig. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Wird Tanari verlieren? Wird Tanari verlieren? Guck, Tanari, go! Alter, wir machen hier viel Schaden. Ist das mein Timer? Ne, Level 80. Das ist mein Probecharakter. Ja. 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 safeguardAST. Ja. Ja. Ich hab's텐nt mich von Winder, aber eine Sana Statistikiem sideblemer. so that we might prevail we earnestly sought lord hermannubis's wisdom and power longing to see his spirit and his light descend upon us now i will fight to become the rightful wielder of that power i am syno general mahamatra of the academia student and successor of cyrus the sage of spontan i fight in defense of my power my professor and my nation and you i think you left some things unsaid this is a sacred duel and hermannubis is watching so bear your soul well that's really i once thought that the nature of our fragments must be what makes us so different from one another but maybe it's that you found your answer and i am still searching for mine i am more than just a warrior i am my own person exactly show me i can be more than my faith more than the power i wield show me the person i can become a five star okay oh that's a big talk i thought she would never listen to me oh 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 okay Oh, schwer. Oh, okay. Well, then. Looks like you found your answer. I give his glory to you. I've seen that light. That is the light of our Lord, the great Hermonubus, priest over all other priests. His spirit dwells within that lightning, and his will lives on. Once a warrior of Tainar, he emerged from the barren desert sands to serve the god-king Al-Akhmar. After the death of the god-king, Hermonubus gathered his followers and the Tainarian priests and led them to the city of Tule Tula. But peace did not last. Coveting the knowledge of King Deshret, the beasts set their eyes on Tule Tula. The king of Gurabad laid siege to the city, and ordered the sages to surrender to him the temple of silence. Oh, they're doing the same storylines. Our Lord had long since exhausted his strength, keeping the forbidden knowledge introduced by King Deshret and Bae. Yet, today, the temple of silence has borne witness to the glory of Hermonubus once more. The whole storylines of the Wust a bit of 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 a storylines that I can't remember yet. Selbst ein Gurabad-Geschichte. Die ja auch eine Rolle da gespielt hat in der Zerstörung. Was gestorben war? Ich finde, das ist ein extremes Beispiel, wie die Leute sich so sehr auf eine Sache verlassen, die mal vor Ewigkeiten Kraft gegeben hat. Und dass, ähm, dass einfach so ein uralter Glaubender so aufrechterhalten wird, finde ich einfach extrem bei Menschen. Mhm. Oh! Ich bin der Fall von der Akademie. Ich bin der Fall von der Akademie. Ich habe diese Möglichkeit, und ich habe es ein bisschen gedacht. Ich weiß nur noch nichts über die Arbeit, die hierher, die Welt und die Umgebung hierher. Wie gesagt, ich bin der Fall von deinem Liedern. Sethos, ich glaube, dass die Honour sein sollte zu sein. War es nicht für diese Duel, oder wenn du andere Intention hast, die Ba-Fragments wahrscheinlich wahrscheinlich in deine Hand sein würden. Ich bin sicher, Ba-Moon nicht für jemanden, aber du, zu sein, dass er sein successor ist. Du glaubst wirklich so? Ich glaube. Aber trotzdem, ich glaube nicht, Ba-Moon war sehr überrascht mit dem finalen Ergebnis. Vielleicht hat er eine Angelegenheit, dass dies die Weise endet. Deswegen benutzt er den Bogen. Er hat nicht mehr seine Kraft. Nö. Nein, es ist nicht. Diese Erfahrung hat uns Freunde zu werden. Das bedeutet, dass die Akademie und das Tempel des Silence noch einmal mehr Partner werden. Und in dieser Story-Quest hat dann MiHoYoverse ein bisschen angegeben, was Kampfanimationen angibt. Im ganzen Patch, in beiden Story-Quests gibt es so viele Kämpfe. Und dann noch diese ewig lange Cutscene mit der 2D-Animation war richtig hübsch. Das ist ein viel größer deal, als du denkst, Sethos. Du sagst dich selbst. Die Zeiten haben verändert. Du musst glauben, dass die Dinge verändert werden können für die bessere hier in der Tempel. Ich versuche. Ich bin ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gefragt für eine bessere Ausstellung. Mit einem einzigen Text, er hat den Professor rausgelegt. Keine Frage, was passiert danach. Es wird eine bessere Vorteile für den Tempel. Und hier habe ich gedacht, dass General Mahamatra nicht interessiert für all diese trivialen Details. Du bist absolut richtig. Mein Vater und ich haben das von jedem Angeln. Wir mussten finden eine Art, um unsere Beziehung mit der Akademie. In diesem Sinne, das Recht der Duellen war nur ein Hinweis für einen Ende. Danke für alles, Saino. Wie ein gesteuer unserer Gratitude, zu denjenigen, die du und der Lester Lord Kusanali verletzten, ich will den Honour für den Tempel für den Tempel der Silence, für ihre Wunschung der Wunschung. Aber du musst sehr vorsichtig sein mit deiner Beziehung, damit du die Menschheit wiederholst die gleichen Fehler verletzten. Bei dem Weg, Tainari. Mein Vater war so glücklich, dich zu sehen. Du bist ein Descendant der Veluka Shuna. Und wir sind die Heide der Wille von Hermenubis. Die Geschichte geht, dass King Deshra den Sage Hermenubis von der Tainarianen gewählt hat und ihn als seine Familie verletzte. Er ging mit seinen Tainarianen mit seinen Tainarianen zu kämpfen, die in der Wunschung. Mir ist nicht ganz klar, wer die Tainarianer ursprünglich sind, und Hermenubis war ja einer von denen ganz ursprünglich. In aller Wahrscheinlichkeit, die waren deine Ancestoren. Wie faszinierend. Mein Vater hat mal erwähnt, dass ich nach den Tainarianen nachgegenwalt wurde, aber ich wusste nie, dass meine Vorbeerungen mit dem Tempel des Silens. Ich liebe diese Geschichte. Ah, btw, hat jemand gesehen Cyrus? Ah, ja. Cyrus. Du wahrscheinlich findest ihn in mein Grandfather's room. Wer weiß. Perhaps all of us. Du, ich, und Cyrus. Wir alle nur pawns in mein Grandfather's plan um alles zu stellen. Er war wie so. Oh. Was? Ja. Was? Ja. 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 Alles Gute. Ah, da ist er ja. Alles Cyrus. Na. Ja. Ja, da hat er nicht Unrecht. Hm, interesting. Ich frag mich, ob wir noch Kusanali sehen. Ich find's aber unhöflich, dass sie die immer noch Lesser Lord Kusanali nennt. So ist ein richtig nicht so schöner Tier. Und ich muss mich mal über die Tainarianer ein bisschen erkundigen. Vielleicht, weil ich kenn Tainaris Daten so generell, aber da steht nichts darüber. Also nicht so viel über seine Vorfahren. Und die ganze Zeitlinie von der Wüste, die ist mir nicht ganz geläufig. Hallo Meister. Oh mein Gott, Alter. Es schützt mich, dass du die Reise überlebt hast. Und du bist glücklich, dass Fa-moon dich nicht fertig war, wenn du gekommen bist. Okay, okay. Okay, ich verletze, dass ich falsch war. Wie kann ich es dir tun? Was ist, äh, ein Monat an der Akademie? Ein Monat? Ich versuche drei. Ein Narii, der Herr in der Ziris ist wirklich wirklich in der Ziris. Um, wir geben sie eine große Bedeutung. Ja. Er freut sich. Ein gerades Essen. Ich will noch mal hören, was die zu sagen haben. Die sind ja super. Oh Gott, der ist gruselig! Ja, die Musik hier ist so schön. Die selben Melodie, die wir hören, wenn wir die gesamte Sumeru-Arkonen-Quest abschließen. Das ist so hübsch, diese Melodie. Ja, das Typ. Ähm, pass ich sie nicht komplett einschneide, was am Ende passiert. Das ist, weil das Video nicht mehr genug Zeit übrig hat. Aber ansonsten danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Und, ähm, das war wirklich spaßig. Und es ist eigentlich ganz schön, die ganzen Charaktere aus Sumeru zu sehen. Und deren Interaktionen, das macht mich irgendwie happy. Ich würde gern Kusanali sehen, aber... Oh, süß, Paimon. Süß. Woa. Part of me wishes I'd been there to see it, but... I'd have been biting my nails off worrying about you guys. A truly edifying account of the events. Bereft of detail. But it has livened up the room all the same. Hey, I not included all the juicy details. The Traveler just pounced, and then rigged their store like this. Then split around, and blocked. Whoa. Yeah, huge place. It felt like something right out of an epic poem. Imagine this. It was like there was... Maybe save that one for later, Paimon. Desserts here. Jeder freut sich an seine Gesellschaft und Großzügigkeit. I think that'll do me for today. Shall we stop off at the house of Dana again, before heading home? We should probably finish putting all those books back. My thoughts exactly. See you around. I should get going as well. See you all later. I need to go say thanks to the core 30 for their help. Also, Sir Nephys says you wanted to introduce me to some of the academia's work processes. So, I got a dash too. Ah, that was good. It feels like everything's finally wrapped up now. Life is all about these moments, when you can finally relax and hang out with good friends after a job well done. And also, those desserts I know got, they were really good. We're coming back. We're coming back. Do you three have anything planned for the rest of the day? If not, would you come somewhere with me? Wohin? That's a secret for now. Who wouldn't want to spoil the surprise. Okay. I think I can guess what you're talking about. It'll definitely be a nice surprise. Well, now Paimon's curious. Come on, let's go! Oh. It's going to go. Wo Sethos runtergeschaut hat und die Leute beobachtet. Ich bin ein Champion im Baumklettern. As you wish. It's a nice spot, isn't it? What a great view! We're so high up, we can see for miles! Traveller. Was ist denn? Hm? Wow. Hier war ich auch schon mal in Fotos gemacht. Schön. This is my secret base. Somewhere I only bring my best friends. When I was a student, I used to slip away and climb up here all the time. Just to clear my head. I was quite young then. And hadn't made too many friends yet. Back then, I had a lot of the same questions that Sethos was asking. Who am I? Why do I have this power? And what should I be fighting for? Our gifts help us to find a rightful place in the world. That was my experience. And I'm sure Sethos will figure things out in his own time, too. Willst du mit ihm verbunden bleiben? Hm. You two really are like brothers. I feel the same way. Was? Of course. I see no need to be humble when it comes to the facts. I still remember one time when we came up here to chat and do our homework. Sino accidentally dropped a fruit. Luckily, he has fast reflexes, so he caught it just in time. That was the one and only time. Nothing will ever slip through my fingers again. Those were good times. I kind of miss the student life. You know, Pylon really shouldn't be able to imagine Sino doing something like that, but for some strange reason, the mental image is coming through clear as day. Then make it stop. Hm. There's somebody there. It's Professor Cyrus. You guys carry on without me. I'll be right back. Okay. A spring? Huh? Hey, you're not supposed to jump down! Beep! Careful! Careful! Oh my days. I can't believe how stupid I look in this one. Professor, what are you muttering to yourself about? Sino. Ha! Just the man I'm looking for. Guess what I found in some old notebooks. Some old photos? Oh, this is baby Sino. Can you believe it? This notebook was just sitting in a pile of odds and ends in the same way. Sage's office. I must have forgotten to take it with me. And no one's touched it since. It was still right there. I was at the Academia earlier to discuss my workload with Nefus. Swung by the old office to have a look around and just happened to cross it. Oh, time flies. Look how tiny you are in this picture. Still a kid. You look quite young yourself in that one. Ah, it's this one. I remember that. Lisa took it, didn't she? Yep. Looks like her work all right. Who else could have found just the right angle to make me look so unbelievably hideous? And this one. Looks like we're both dozing off. Oh, cheeky girl. Taking secret photos of us without our knowledge. Is there something you'd like to say to me, professor? Like what? Like, these are good photos, aren't they? At moments like this, I hardly know where to begin. I can't pretend I'm a good person. Mamun had every reason to despise me. And well, so do you if you feel the same way. Don't be ridiculous, you old codger. Is that not what you wanted me to say? Oh, I've dreamt of that place many times after leaving the dead. Sometimes I've dreamed that I was doing research with them again. And other times, I dream of the day they saved my life. Oh, it was one of the happiest times of my life. We all learned so much from one another. You've matured so much over the years, Sino. Since you're my professor, I should save you some face by not calling you out on all the non-answers you do. So, I will do the right thing and keep my mouth shut. Hmph. Good thinking. Take your own advice next time. Seriously? Why bully an old man like me? I thought heroes were supposed to be gracious. Hey, wait. How did I not notice this one earlier? Lisa strikes again. Just how many did she take? Look how cute you were when you were little. I remember how well-mannered you were back then, too. Hmm. Yeah. And look how serious and professional you used to be. Oh, I can't compete with you anymore. First, you get better than me at the deadpan jokes. And now, you're besting me at those little quips, too. Don't say that. I still have a lot of respect for you. Hmph, that's more like it. Hey. What would you say to meeting up with Lisa again sometime? Hmph. I like that. Let's find a time and pay our visit in Mondstadt. Alright. I'll add it to my schedule. Let's go next week. Wait, no. Next week is the tomato growing competition. I have got to beat Zaha Hadi. That's very important. Or you could find a real hobby, Professor. Fertig. Klapp, 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 klapp. I'll do that as well. Let's go next week.